Und ganz aktuell erreicht uns eine Eilmeldung, denn ein anonymer Anrufer hat die Stadt München vor einer Bedrohungslage in der Altstadt gewarnt. Das berichten mehrere Medien. Wie die Polizei auf Twitter schreibt, sind die Beamten deshalb mit einem Großaufgebot zur Gegend rund um den Marienplatz ausgerückt, also mitten in der Stadt München. Schwerbewaffnete Polizisten sind derzeit im Einsatz. Wir werden Sie natürlich im Laufe der Sendung über die Hintergründe und die aktuellen Entwicklungen informieren.